Als erstes wird die Leinwand aufgebaut. Alles ist aufgebaut, es kann bald losgehen. Wir haben einen Künstler bereitstehen, der gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Thema Planungprinzip zwei Leinwände bemalt. Wir wollen mal gucken, was da künstlerisch so rauskommt. Also wer heute Lust hat, sich so ein bisschen künstlerisch zu betätigen, den laden wir sehr gerne ein. Nach dem Essen mal nach draußen zu gehen und auf die Leinwand zu malen. Das ist ein bisschen künstlerisch. Das ist ein bisschen künstlerisch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020